damit herzlich willkommen zu xyr an diesem wochenende er steht unten im schmelzigen quartierwart wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt und jetzt schauen wir mal was er dabei hat typ 44 im abseits cool um im pvp viel schulterangriff zu machen besonders in verbindung mit lebenswiederherstellung sehr coole angelegenheit video davon habe ich schon online werde ich verlinken schaut euch einfach mal an das war eine ganz witzige sache wappen von alfa lupi endlich mal cool das fehlt mir noch das kaufen noch direkt mal leider nur stärke 126 genau wie hier stärke 127 kein besonders toller roll wohl der hier noch schlechter ist als der hier weil stiefel generell weniger haben als buspanzer dann haben wir schädel des schrecklichen ahamkara intellekt 123 das ist ein sehr guter roll 128 ist hier maximalwert der helm ist auch nicht schlecht du bist schwerer zu eliminieren wenn du die nova bomba einsetzt und hast einen verbesserten energieabzug muss natürlich dann beim warlock leereläufer auch den energieabzug einstellen damit das was bringt auf jeden fall hast du dann eine schnellere granaten abklingzeit nahkampf abklingzeit und super abklingzeit und so weiter und so fort und mehr super energie durch granatenkills ist im pvp auf jeden fall auch nicht schlecht und dann haben wir mida multi werkzeug mal wieder das ist eine sehr coole waffe um sich extrem schnell zu bewegen video verlinke ich euch auch wie ich das als jäger gemacht hat mit maximaler agilität ist auf jeden fall sehr sehr witzig gerade in kontrolle wenn man schnell die zonen erobern will das ist eine coole waffe ist auch für die erste phase bei krotha nicht schlecht um durchs lampenlabyrinth zu sprinten auf jeden fall den 23 münzen wert dann haben wir exotische bruchstücke um die waffen und brustpanzer und so weiter abzugraden exotisches brustpanzer ein gramm haben wir dann auch gleich und der heilrüstung kriegen und so weiter und so fort dann haben wir agliophagen simbiont mit 117 kein schlechter roll ist so mittelmäßig maske des dritten mannes intellekt 120 gilt das gleiche das sind wir kein schlechter roll 128 wie gesagt maximal wert helm des 14 heiligen wieder 117 auch kein schlechter roll also ich kann mal gucken was meiner da hat 114 ok das lohnt sich nicht aber wenn er weniger als 105 habt dann könnt ihr euch überlegen ob ihr das upgraden wollt helm des innersten licht stärke 116 die sind alle so im selben rahmen das ist auf jeden fall auch nicht schlecht und licht des innersten licht stärke 109 das wird dann schon ein bisschen schlechter aber ist auch noch so mittelmäßig kann man upgraden wenn man will herz des paxianischen feuer ist 132 schade da hätte ich mal einen höheren wert gebraucht weil meine ist auch extrem niedrig 137 aber 132 braucht ihr nicht zu upgraden da wartet lieber auf etwas besseres 170 ist bei brustpanzern wie gesagt maximal wert als 132 ziemlich räudig dann haben wir upgrades für surus regime wieder multi werkzeug kauft sie euch lieber neu statt zu upgraden spart ihr euch den glimmer und die münzen habt ihr sowieso haufenweise ja dann haben wir die dohren zum upgraden schmähung universal gerät und geduld und zeit beim upgraden generell wenn er nicht unbedingt eine waffe upgraden müsst weil er sie für einen eisenbanner braucht der übrigens nächste woche dienstag startet das ist jetzt sicher und fest die chat es gesagt wenn er nicht unbedingt was braucht dann wartet einfach auf das dlc weil dann könnt ihr die ganze ganzen sachen upgraden auf 365 ohne sie neu leveln zu müssen das heißt ihr solltet definitiv warten mit den upgrades besten gar nichts mehr upgraden jetzt und einfach warten bis das dlc raus ist so dann haben wir automatische wehrtelemetrie um schneller eure waffen zu leveln gerade in verbindung mit den beudezügen schrotflinten telemetrie maschinengewehr telemetrie die sparrow antriebe braucht ihr alle nicht wohl durch lieber den von dem raid von einem der raids und schwere munitionssystem für eine seltsame münze das war's schon mit dem mixture ich wünsche euch viel spaß beim einkaufen auf jeden fall ein paar lustige sachen dabei gerade die stiefel und mida multi werkzeug auch in kombination nicht schlecht dass man den schulterangriff noch schneller ausführen kann noch ein bisschen schneller beim gegner ist bis dahin euer lightning story schönes wochenende und ciao ciao